Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Bloodborne New Game plus DLC The Old Hunters. Es gibt noch einen optionalen Zwischenboss, den ich noch nicht erledigt habe hier im DLC The Old Hunters und genau den werden wir uns heute besuchen. Eieiei, der hat mir ja ganz schön zugesetzt jetzt hier. Den werden wir heute besuchen und werden mal schauen, ob wir dem den Gar ausmachen können. Ich werde hier einfach mal ganz gelöst versuchen durchzurennen, soweit das Sinn macht. Ich glaube hier macht es keinen Sinn. Oh fuck you. Da gehen wir einmal hoch, hauen drauf und jetzt kommt hoffentlich rechtzeitig, nein. Ah fuck. Das ist alles nicht gut. Eieieiei. Na okay, das ist schon mal ein schlechtes Vorzeichen für meinen Dingsbums, für meinen Vorstoß zum Boss. Denn ich habe jetzt natürlich schon gleich viel zu viele Blutviolen verbraten. So, und an dem Kollegen renne ich gleich mal direkt vorbei. So, und da ist er schon. Der gute Laurentius. Aber ich lasse es mir dann doch nicht nehmen. Ich habe da Bock drauf, den nochmal, ups, den dann doch nochmal einmal von hinten zu vergewaltigen. Ups, ich glaube, das war jetzt nicht politisch korrekt, aber trotzdem. So, damit wären meine Blutviolen nämlich auch wieder voll und ich kann jetzt bei dem guten Laurentius tun und lassen, was ich will. Mal gucken, was passiert. Hallo, Lauri. Wow. Also, aussehen tut er wirklich stark. Gefällt mir extrem gut, dieser Boss. Also, das ist eigentlich auch der einzige Grund, warum ich den mache. Weil er einfach so saugut aussieht. Laurentius war ja der eine Typ, der auch mit dem Logarius einmal gestritten hat. Wo ich das Passwort herbekommen habe zum Wald, nachdem ich die Vekarin Amelia besiegt habe. Hallo, Laurentius. So, jetzt mal gucken, was du kannst. Du kannst bestimmt mehr als ich, das ist mal sicher. Mal gucken, ob ich dir zumindest mal beim First Try einen Kampf liefern kann. Das ist nämlich gar nicht so sicher. Ich meine, beim Koster bin ich auch unglaublich, unglaublich abgestunken. Okay, haust du auf den Boden. Okay, haust du auf den Boden und holst dann die Hand wieder raus. Haust du auf den Boden und holst die Hand wieder raus. Okay, viermal. Okay, nicht so oft zuhauen. Nicht so oft zuhauen. Okay. Ah, verflixt. Oh, da hätte ich jetzt eher schon zweimal zuhauen können. Oh, weg. So. Okay. Ich muss mich wieder hier ein bisschen freischwimmen. Okay. Ja, immerhin. Ich glaube, ich heile einmal. Einmal heilen. Oh. Das war nicht gut. Oh, das war überhaupt nicht gut. Oh, 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 oh. Bin ich tot? Ich bin tot. Okay, also eine Grab-Attack habe ich jetzt nicht erwartet und der Lorenz, der scheint ja sackstark zu sein. Na gut, schauen wir mal, wie es weitergeht. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Das war mal anständig ausgewichen. Das nicht. Zu spät. Ach komm. 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 Ach. Ach. Ach komm. 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 er mich weder. Lass mich, lass mich hochheilen vor allem. Oh, scheiße. Ah, scheiße. Nah. Okay, der reißt da raus. Das war gut. Das war schlecht. Scheiße. Und hin. Und hin. Und hin. Okay, ich weiß gar nicht, was das für ein Buff ist. Okay, reißt du da raus. Einmal, zweimal. Oh, da kann ich nochmal. Nochmal. Ist das eine Heilung oder was? Die da durchzieht. Aber ich glaube, so weit hatte ich ihn noch nie unten. Mhm. Mhm. Okay. Weg. Oh, ich habe ihn in der zweiten Phase. Das ist das erste Mal. Oh, fuck you. Hoppsa. Nicht gut. Ich weiß gar nicht, wie ich an den rankommen soll. Oh, fuck you. 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 Weg, weg. Weg, weg. Scheiße. Also die Attacke ist echt übel. Und wieder rüber, truff, einmal und weg. Einmal und weg. Oh, Scheiße. Spuckattacke. Jawohl. Hin, drauf, einmal weg. Ah, Scheiße, ich konnte mich nicht mehr heilen. Aber der Versuch war jetzt echt saugut. Und ich glaube, in der zweiten Phase ist er auch durchaus managebar. Also, mal gucken, ob sich das konservieren lässt. Das ist ein Rausreißer. Oh, ne. Scheiße. 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 Das lässt sich super konservieren. Oh, mein, oh, mein, oh, mein.